hey hallo guten tag oder man bisher hier im hochgebirge was machst du hier holst granit wahr schick so pass auf habe ich einen ganz schnellen witz für dich hier oben in der dünnen luft darf ja auch nicht zu witzig sein weil sonst kannst du das ja wenn du last kriegst keine luft naja piepen bringt er will verreisen reise gebucht voll bepackt mit allen koffern schleppt er sich zum bahnhof und dann rennt er dadurch halle spät dran und ob er da an am bahnsteig und dann haut ihm der zog vor der nase ab und kommt der schaffner guter mann ist ihnen der zog vor der nase abgehauen meinen sie ich hab den voll ja ziemlich bescheuert aber du hast hier echt eine klatze aussicht das muss ich ja mal sagen guck an dann pass auf dass hier nichts passiert und dann sehen wir uns bis dann tschüss